wie ist man das sowieso ich bin jetzt auch wieder da regelmäßig tauchen auf dem boden blutpfützen auf dem portal tauchen regelmäßig auf abblickzeiten werden für alle spiele erhöht jetzt ist man die es dran bis ich da überhaupt zu dem grünen da oben ich habe sogar gesehen gehabt man muss einen gegenstand 50 mal segnen bis 50 mails wort 50 mal 50 mal ist wirklich wort man ja ein gegenstand 50 mal segnen oder ist der debatt von den segnerei so 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 oft hast du nicht einmal den gegenstand am start würde ich mal fast sagen wie süß einmal gescheit erwischt halber das leben weg maschallah hat jetzt ein bisserl noch durchgekommen viel gift am start viel gift das könnte mich schon ruinieren standard gemäß 30.000 schaden wenn ich mir denke oder wie viel was ich schwärmt habe mit meiner 1k oder also mit meiner zehn karte am anfang des tages ich bin definitiv schnell gestiegen das muss man schon sagen was ist wenn jeder tagelang dran spielen würde wie auch dann meine stärke wäre oder wenn ich mal eine gescheite kisten finde kisten finden würde dann wird es ab genau dann wird es richtig ab ich habe gedacht dass ich eh schon da war interessant interessant auch wenn sie immer ob wir fallen wie die fliegen sehr schön und reliquienjagden brauchen wir 50 50 reliquienjagden also wenn du da nicht doch irgendwie vielleicht ein klick hast und was grünes kriegst dann weiß ich aber auch nicht aber anscheinend kriegt man sie nicht oooohhh maschallah kiste sieh ich schon sieh ich schon muss schon hinlaufen interessiert mich schon alles nimmer nur die kisten kisten mach nicht auf den ihr nur blau legt mehr morsch nur blau schwer enttäuscht schwer enttäuscht nur blau vor allem wenn wir endlich mal wieder verkürzen das geile ist es noch zusätzlich diese portale kommen da kommen umso mehr gegner xp mäßig oder ep oder wie auch immer der gesicht kannst du selber wurscht ich hoffe ich bin richtig was war das da auch ag da drin oder was haben die da gemacht heimlich das schaut nicht jugendfrei aus das ist recht wenn die alle nur ein kleines höschen auch haben oder alle bauchfrei herumgehen alles klar fkk stand alles klar ja schaut so aus schaut wirklich so aus ok es ist aber auch sonntag auf montag weißt da ist es ganz ganz kritisch sonntag auf montag ist ganz ganz kritisch so bis 10 öffes an der schuf habe ich die schaue ich den schaue ich da vergessen jetzt oder was da geht es schlechte leider gar nicht nicht auf mein sessel oder das ist kein kratzbaum oder das ist nicht einfach das ist kein kratzbaum wird wir schauen wir da so ganz kurz durch den ich's wichtig ist dabei ist ich habe die scheiße spende vergessen er legt mich doch um sieb nein aber irgendwas kurz was etwas mehr da was trauriger ist das ich etwas besser alles gekriegt habe oder das. So, ein bissel weg und tschüss. Haben wir wenigstens wieder einen Platz. Das tut weh. Viel zum Spenden gehabt. Bist deppert. Aber ist halt, ja, das ist, ich weiß auch noch immer nicht, was ich mit der Spende mache. Ja, Hauptsache, ich habe ja einen Status-Effekt bei der Spende oder was. Status möchte ich auch nicht von der Spende aussehen. Wenn ich wenigstens davon was haben könnte. Ja, nur ein bisschen Aussehen etc. Gebiete. Aber sonst? Sonst ist der Nightwiki was Geiles dabei gewesen bis jetzt. Wo ich sage, Brugiii, mein Leben hat sich komplett verändert dadurch. Beste Entscheidung meines Lebens. Einfach spenden. Na nix. Nein, 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 einfach die Momente oder zu kriege von dem Hammerer. Nein, 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 das kriege ich von ihm. Alter, bin ich gleich wieder voll, wenn ich Deport bin. Aber Geldtechnisch, oh, sehr gut unterwegs. Geldtechnisch sehr gut unterwegs. Wie viel sind wir schon? Halbe? Halbe Mille! Ich bin fein. Halbe Mille haben wir schon erreicht. Ja, ja wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht. Ich glaube aber im Endeffekt nur aussehen oder so. Aber sonst wäre nicht schlecht. Aber was machst du sonst dann mit dem? Kannst du eigentlich eh noch spenden. Sonst warst du eh nicht was du damit machen könntest. Ins Lage ist noch unnötiger. Weil du hast da nur Schrott drin. Ich glaube jetzt gehe ich nur noch auf die Roten ein. Und scheiß auf alles andere. Aber XP mäßig läuft es wenigstens. Überhin. Sehen wir schon wieder bald auf 30. Nächste Truhe. Sehr schön. Machen wir ja auf den Blödsinn. Was haben wir da, was ich da nicht einsammeln kann. Aber ist ja wurscht. Aber jetzt haben wir es. Wirklich schade, dass ich nicht gespendet habe. Wirklich schade. Jetzt schon wieder so viel machen können damit. Wird schon wieder so viel machen können damit. nach B. Ist wurscht. Oh, oh, oh. Oh, da haben wir vielleicht, da haben wir sich vielleicht eine schöne Belohnung verdient. Wieviel? Naja, naja, naja. Schade, schade, dass das nicht mehr geworden ist. Hm. Ist eh wurscht, ich sehe nicht rot. Voll auf abgehoben, aber es ist leider so. Es ist leider so. Es ist nicht rot. Das interessiert mich nicht. Das dann sammle ich wirklich hauptsächlich wieder nur ein, wenn ich was Rotes sehe. Findest nix, okay. Vielleicht gehe ich dann wirklich nur noch auf rote Sachen ein und ich scheiße drauf. Passt. Außen mit uns. Schön drauf spenden gehen. Schön drauf spenden gehen. Okay, Standard. 19. Okay, ist das niedrigste. So, Digi. Was haben wir schönes gekriegt? Es tut zwar weh, aber ich weiß ganz genau, dass ich eh nix drin habe. Ich weiß eh. Ich weiß eh. Das letzte Mal, wie ich wirklich was schönes drin gehabt habe, war glaube ich 1900 Hitler. Ja, ich habe auch schon Dach gehabt. Nur noch, nur noch, vielleicht dass ich fast, vielleicht sogar nur noch auf die roten gehe. Einmal Dach gehabt. Oh. Oh. Muss ich mal nehmen. Muss ich mal nehmen. Für das, dass ich das eine so brav gesegnet habe. Wundert mich das jetzt gerade schon ein bissel. Nächste Segnung. Nice. Gehen wir nur auf Schaden. Ja, passt. Passt. Ein bisschen aufs Kritische wäre auch nicht schlecht. Uffel. Na. Leben. Näh. Näh. Scheiß drauf, oder? Ein bisschen. Ein bisschen erleben. Hm. Nee. Nee. Was ist denn nochmal das Grünes mit der maximalen Gesundheit? Maximalen Gesundheit, ja, und dann geht da wieder auf, geh wieder auf Schaden. Beinhart. Hm. Trossant, dass es dann weniger wird. Trossant. Aha. Trossant, dass es immer schwächer und schwächer wird. Ha. Segnung aufheben. Ja, bitte. Bitte, bitte, bitte. Wird immer schwächer. Na, aber das behör ich auch nicht. Ja. Leben. Leben. Ringe. Ja. Weißt du was? Ich werde das jetzt auch mal segnen und die anderen. Passat. So. Ja, da würde ich. Du hast gesagt, Ringe. Gehen wir mal beim Talisman. Schaden. Geschade hätte aber auch guter Schaden. Bisschen an Schaden können wir schon austeilen. So ein bisschen an kritischen. Dann gehen wir da mir. Da haben wir auf dieser Rüstung. Rüstung. Leben. Leben. Hätte ich gesagt gehabt. Damit man so richtig schön. Na, schauen wir mal was aus. Sekunde. 670. 720. Okay. Okay, passt. Maschallah. Beim Busen. Da würde ich definitiv auf maximale Gesundheit gehen. Fast. Fast gar nicht auf Schaden oder sonst was. Einmal einen kritischen. Ja. Aber mehr auch nicht. Da würde ich fast hauptsächlich wirklich auf Rüstung gehen. Interessant, dass das gesperrt ist. Aha. Hä? Das finde ich mir interessant. Darf ich vielleicht nicht alles haben? Kann das möglich sein? Egal. Segnung. Oder eben, es ist jetzt noch ein bisschen auf. Hm. 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 Ich würde sagen, jetzt losen wir es. Und dann warten wir wieder, ob wir wieder was Besseres kriegen. Sonst wieder nix, gell? Nein. Schmutz. So. Einmal bitte spende. Spende für die Arme. Danke, Digi. So. Yay. Irgendeinen scheiß verfickten Klumpot haben wir da wieder gekriegt. Aber passt. Aha. Okay. Jetzt zeig einmal her. Wie wollen wir die aussehen lassen? Wie ein Popo berat? Das habe ich mir schon, das habe ich mir auch schon doch gehabt. Das habe ich mir auch jetzt doch gehabt. Schade. Schade, schade, schade. Hm. Hm. Aussehen her. Ja, schön gut. Okay, bis ich da wirklich zu irgendwas Guten da hinkomme. Hm. 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 Wieso kriege ich da auch nicht irgendwas zusätzliches? Wieso kriege ich da auch nichts Wichtiges? Na gut. Ich bin gespannt. Bin wirklich gespannt, wie das jetzt für Auswirkungen wieder haben wird. Auf uns. Aber mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Oh, na, bitte nicht nochmal. Hä? Das ist, ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Bug oder sonst irgendwas. Gott, der weiße Streifen. Ich glaube, ich glaube, das ist ein Bug. Also, der Boss geht ein bisschen sehr schnell, Mai, aber sonst ist alles in Ordnung. Aber sowas von. What, 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 what? Ah, scheiße. Ich habe mir gedacht, dass ich doch ausweichen kann. Also für die Boss Rushs bin ich definitiv bereit. Zwar nicht für fünf, aber sonst bin ich dafür bereit. Definitiv. Aber das war jetzt auf normal. Das zählt irgendwie nicht. Vielen Dank.